Deswegen ist es interessant, das auch im Kontext der Organisation anzumenden. Zu sagen quasi, was passiert jetzt quasi in der Forschung von jedem Unternehmen? Was passiert quasi in jedem Unternehmen durch einfach die Social Identity, die vorherrscht? Ja, was sind die da? Jetzt muss man halt versuchen, diese ganzen Ideen quasi irgendwie zu verstehen. Und dann zu sagen, was könnte man jetzt eigentlich anwenden? Was ist welche Gruppe und was ist das hier? Ja, um das dann quasi umzusetzen. Da waren wir halt gerade dabei. Man hat dann immer eine Idee, dann sagt man das und so. Und dann kommt man aber auf der anderen Seite. Ja okay, klar können wir das machen. Aber das ist eigentlich nicht der Kern. Also man wäre ja nicht immer das Phänomen, irgendwas, der beobachten würde. Das heißt, das ist halt die Gruppe. Wir wollen ja wissen, was gibt der Identity für Sie. Ja, das ist total... Ja... Man wäre jetzt sicher... Ich hätte nicht achts mal, was es hier nicht ist. Oder... Also dort eben, wo der auch ist. Aber... Wenn man sich dann quasi mit anderen Themen lösen hat, dass ich dann aber halt wieder reinkommen muss. Und das ist... Ja, mega interessant. Das haben wir ja im Studio ja leider auch gemacht. Also ja, das ist halt... Es gibt dann so ein gutes Zeichen. Und das ist halt... Ich bin ja wieder kurz. Leider gibt es ein Zeichen. Das ist ja mein Zeichen. Ich bin ja nicht zwischen Schocks und sowas. Aber ich bin ja echt über den Zeichen zu gehen. Und du halt immer so viel den Menschen mitlaufen lässt. Und du kannst halt so dieses... Die beiden geht es ja. Das ist ja echt mega geil. Also wie... Ich haue... Wie ist es? Ich kann sogar gar nicht der Mensch sein. Ja. Und äh... Und äh... Na ja... Das ist halt... Das ist halt zum Arten. Das ist super. Das ist ja super. Das ist ja. Und das ist ja relativ hoch. Kommst du aus? Ja. Ja. Ja, ne... Ich komm, ne... Soweit ich bei Straße. Ne. Ja. Mach gestellt. Das ist nämlich jetzt auch wieder da. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, die wir hier sehen. Aber ich meine, das ist ja jetzt gerade ganz viel zu machen. Zweiter Durchschrauben ist 8. Der macht jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Ja spannend. Irgendwas erwarten ich hier. Es ist immer so, wenn Leute sich da hingestellt, ja dann können wir die bisschen gehen, weil dann wird man einfach so durchschauen. Ist halt das halt. Es ist ein absoluter krass. Und natürlich einfach Ideen zum Flussmann etc. Das ist halt schon. Als ich das gelesen habe, ist das so, wie die Scheiße. Also die Mitarbeiter das würde nicht geben. Also das ist das ist so. Also eine andere Sicherheit ist aber B&E. Das ist immer so einfach, beziehungsweise wie gesagt, ja. Ja. Das ist gar nicht nur die Prospekt-Generationen zum Teil drei Generationen im Moment. Das ist immer so. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Aber ja. Ja das ist halt so und so ne. Also irgendwo sein, dass ich ja fliege. Das ist die Familie. Das ist die Familie. Das ist die Familie. Das ist die Familie. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Die Heilige Familie. Ja genau. Ja genau. Aber ich habe das ganze ja stupid. Das ist so intelligente. Ich habe die Und das ist so eine gute Frage, die schon dabei ist, die ist einfach gefreut, die verkaufen dann eine Tire, die verkaufen dann so, das ist mehr oder weniger 10% oder sowas behalten. Also die, ja, aber das ist ja mehr oder weniger, die haben die auch gesagt. Und ich so, die gefreut, keine Freude, das ist so dabei so geframed. Ja, das stimmt. Aber echt? Ja, das ist natürlich nur, dass ich irgendwie nicht viel gedacht hätte, einfach verarscht, dass er sich nicht mehr auseinanderfüllen kann, etc. Ja, genau. Also, ja, mach ich das mal einfach. Jetzt kann ich jetzt wieder, dann bin ich mal wieder hier. Also, das ist ja noch viel kurz geworden. Ja, exakt. Also, ob ich den, ja, das hört doch noch nie, auch ein bisschen weiter. Ich rufe beim Luh sufficiently, ich rufe beim Luhans. Dann kann ich jetzt mal vorfüllen, auch die Kuhnzeuge, aber ich rufe beim Luhans. Eigentlich rufe beim Luhans. Dann kann ich auch noch ein paar Kuhnzeuge und ich rufe beim Luhans oder der Gruppe. Dann kann ich also etwas zurückgehen. Dann kann ich jetzt mal kurz? Dann kann ich ja auch so noch hier, das ist einfach der Motor. Ich rufe beim Luhans. Ja? Ja. hier ist ja auch Ja, ja, so, das ist das. Ja, spannend. Ja, ja, so, das ist das. Ja, ja, so, das ist das. Ja, ja, so, das ist das.